Stabil läuft Komm, komm, lauf stabil Okay So, und dann sind wir wieder zurück Das ging jetzt doch nicht, was WTF machen wollte Aber wir wissen auch nicht, was es ist Genau Wie man's mal lösen kann Müsste doch gleich mal morgen in der Früh gucken Ja, wir haben sowas eigentlich noch nie gehabt Eigentlich Nö Das ist irgendwas mit neti Network Ein von der Serverkrams Ja, sonst Kannst du davon Von der Datei eine Kopie erstellen Von was? Von dem Log? Ja Dass der eine Fehlermeldung rausschmeißt Ich muss schon Pastebin machen Ja, dann mach mal davon Pastebin bitte Loadlog Das ist einfach der VTB-Slog Das ist einfach der VTB-Slog Oder die VTB-Skonsole ist das einfach Ja, wenn du Pastebin schicken kannst, ist doch gut Ja, wenn du Pastebin schicken kannst, ist doch gut Ja, wenn du Pastebin schicken kannst, ist doch gut Browser Working Cloudflare Working Post Error Cool Das ist einfach Die Cloudflare 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 Da ist ein Dschungel schon, okay. Das hatte ich auch schon gefunden. Ja. Was denn? Ein Cabestown. Was denn? Ein Cabestown. Ein Cabestown. Haben wir noch was? Was denn? Cabestown. Diese ganzen Löcher hier in der Umgebung, echt. Okay, hier ist ein komischer Baum mit Spinnweben. Ja, dann schau mal schön darunter. Leute, ich komme direkt rausgesprungen, was ist mit dir denn falsch? Alles. Spitzhacke, 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 Spitzhacke. Ein Tuch. Iridium Ohr? Eine Disc? Ein Fizz Stone, okay, nice. Und den Gingerts. Naja. ja netti netti net fett fett snow? ok wieder jetzt la 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 oh wie ist das um um pure daisy wir von den weißen blüten weiße blüten? ich mag auch weiße blüten im arsch ich weiß trink den bärensaft trink den bärensaft ne das ist ein pilz oh hier ist ein haus ne witch house und hier ein goblinhaus wieder ja der hat auch noch so einen topf da drin gesundheit ist ja gut kleiner goblin wir werden schon freunde ähm oh nein kann es eigentlich runterspielen bei dark oak habe ich irgendwie keine textur dafür richtig lol sehr gut bisschen gelmisch ist das denn ist das ein pilz denn da rauskommt? ja ja wichtig wären eigentlich doch mal kacktein zu finden hier unten schon da können wir wenigstens ein bisschen arbeiten arbeiten so viel sludge produziert der ja nicht der gerät da aber das gerät auf dauer und irgendwann kann man es auch verbrauchen da hinten ist ein schloss willy haben wir ernsthaft so ein mod von hackset noch hier drauf mit den schlössern ne das ist meistens für Dorfbewohner lol ich will da rein du darfst keine Dorfbewohner haben weil dann bist du ganz schnell tot ist das ernsthaft? ja da gibt es jetzt mit Wachen oh geil item frame, item frame erstmal alles klauen hier kann man wohl klauen keine ahne wer es mit klauen ist ich habe einen marble brick gefunden ja sollte ich den vielleicht abbauen vielleicht ich glaube der wirft den fehler er steht schon die ganze zeit da ich habe vorhin schon gefragt wie er das gemacht hat ne entfern nehmen mal server crash ne ist weg auf jeden fall hallo lol wieviel leben die Wachen haben einfach ja dacke du bist dadurch kein schnitt tot lol und die oben überall Bogen schützen boah das ist was eigentlich fast für Black ey ja 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 die range von unserem Harvester macht mehr mal ausgerechnet das sind 529 Büsch ich mag die range lass sie doch jetzt einfach ausgerechnet das sind 529 Büsch aber nur ein bisschen ne ne das passt schon ja aber der hat doch Seeds gehabt oder nicht ja die kommen von dem Gras was dahinter war ok ob ich das Gras abgebaut habe äh brauchen wir noch Wood Pattern äh was für welche oh warte hier sind noch Sachen drin oh du ein Excavator Pattern findest ich nehm einfach alles mit ja wahrscheinlich sind 20 Backpacks naja nicht ganz ich hab nur eins mit brauchen wir die Workbenches davon noch? ne ne ähh ein White Guard ganz viele Hand naja jetzt einfach mal alle mit ich hab schon Bock eigentlich so viel jetzt schon mal ihm zu hauen und dann einfach weg zu rennen aber irgendwie sterb ich dann glaube ich weißt du ja hab die nicht noch mehr in euren Häusern? hab die nicht noch mehr in euren Häusern? hallo ich will mal ein bisschen looten hier lol hier ist grad dass mein Creeper explodiert sehr gut die ganzen die Guards die taggen alles hier von oben was für Hurensöhne ganz ehrlich ja ja ganz ehrlich das der gold also das ist das das ist einem ne